Musik Was wär ich? Ohne deine Liebe, was wär ich? Küss mich, küss mich, denn ich kann nicht leben ohne dich. So schön wie du, so süß wie du, ist keine zweite und dritte und vierte so schön wie du. Musik 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 Verzeihung, Sie sind Arzt. Ich? Wieso? Ja richtig, ja natürlich. Ja bitte Herr Doktor, dann kommen Sie schnell, es ist eben eine Dame schlecht geworden. Sehr liebenswürdig, bitte schön. Ein Augenblick, ein Augenblick. Aber Herr Doktor, es ist ziemlich dringend. Ja ich komm, ich komm, ich spüren Sie denn. Herr Doktor, hier ist die Dame. Dankeschön. Und seine kleine Ohren machen. Und seine kleine Ohren machen. Ja. Vielleicht holen Sie etwas kaltes Wasser für Sie. Und wie ist denn das passiert? Man hat der Dame das Perlenhalsband gestohlen. Gestohlen? Hier. Ja hier, man telefoniert schon mit der Polizei. So, so. Ja und weiß man wer es war? Es soll ein ziemlich junger, blonder Mann gewesen sein mit einer weißen Nelke im Frack. So ein junger Mann mit einer weißen Nelke. So. Das war's Herr Doktor. Hier bin ich. Dankeschön. Dankeschön. Ein Wort von dir Und alle Sorgen von heute und morgen sind fort von dir Es ist kein Zufall allein, dass ich schon viel mehr Der Schein wird im Mund hinein, du brauchst viel mehr Sie gestatten? Bitte, Sir. Mir ist schon alles egal Ich wollte nicht sterben Warum sollen Sie schließlich keine haben? Robert! Erlass ihn doch Nein Peter! Peter! Wer ist denn? Wer ist denn? Wer ist denn?